Nintendo macht komplett ernst. Es geht zur Sache für Palworld. Alle Infos in diesem Video bleibt dafür auf jeden Fall dran. Liebe Leute, herzlich willkommen. Ja, wir sprechen heute mal wieder über Palworld, unser aktuelles aller Lieblingsthema. Ja, und in Palworld geht es rund und zwar mittlerweile nicht mehr nur für uns, sondern bald auch für die Entwickler, denn Nintendo schickt die Anwälte. Ja, so sieht es aus. So gesehen natürlich auf meiner eigenen Gaming-Website, gamedesie.de, wenn ihr vorbeischauen wollt, immer in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, der Erfolg von Palworld ist natürlich krass. Es wird von Tag zu Tag heftiger, was da abgeht. Immer mehr Leute spielen das Game, immer mehr Leute haben Bock drauf, aber auch immer mehr Nintendo-Leute sind wahrscheinlich ein bisschen salzig, wie es da läuft. Und das kann ich verstehen. Ich meine, viele der Pelz kann man sich angucken und sagen, ja, da sehe ich vielleicht ein Pokémon drin. Das könnte sein. Und das prüft Nintendo natürlich gerade, inwiefern das da aussieht. Es gibt verschiedene Rechte von Nintendo, die da betroffen sein könnten. Hat auch nochmal der Christian Solmecke herausgestellt. Urheberrecht, Wettbewerbsrecht, Markenrechte, dies, das, ananas. Also da gibt es viele Rechte, die davon betroffen sein können. Meine Meinung ist, ja, ich hätte vielleicht gerne mal ein Pokémon-Survival-Game gespielt. Und Nintendo hatte jetzt ja wohl ungefähr, sagen wir mal so 24, 25 Jahre Zeit, das umzusetzen. Und das hat es nicht gemacht. Plus, man muss einfach sagen, ja, die ganzen Pokémon-Games, die sehen auch einfach nicht besser aus, als in Palworld, was von einem Miniteam entwickelt wurde. Klar, man ist limitiert auf die Switch, weil man das will. Und das ist auch immer ein Verkaufsargument für die Switch, was super smart ist. Aber jetzt hat man mal ernsthafte Konkurrenz. Und dann direkt den Bannhammer zu schwingen, weiß ich auch nicht. Ich kann es einerseits verstehen, andererseits ist es auch wieder eine schwierige Sache. Gerade im urheberrechtlichen Bereich, kreativen Bereich. Ja, es gibt ja auch das Gerücht, dass all diese Perls von einer KI entworfen wurden, in die man Pokémon gepackt hat. Und die dann sagte, ja, genau so sehen die aus, wenn ich als KI das mache. Oh, jetzt kommt ja auch noch ein Raid. Uiuiui. Darauf auf den Schock hier erstmal ein paar Sachen einsammeln. Ja, ich muss sagen, ich persönlich, ich liebe Palworld und ich finde es cool. Ich habe hier eine gute Zeit. Pokémon-Klone hin oder her ist ja als Konsument erst einmal egal. Aber natürlich Nintendo nicht. Und die schicken jetzt die Anwälte rein in das Ganze. Aber auch die Community sieht das wohl, ja, relativ kritisch. Der Rechtschreiter könnte ein Präzedenzfall für die gesamte Gaming-Industrie werden. Und natürlich dann, ne, Grenze zwischen Inspiration und Imitation. Ganz wichtiges Thema. Ganz, ganz wichtig. Und da kann es auch so sein. Naja, dass man in Zukunft kaum noch irgendwie Games rausbringen kann, weil immer direkt die Frage im Raum steht, Ist das jetzt geklaut? Ist das jetzt inspiriert? Ist das imitiert? Ja, wie ist es bei einem historischen RPG? Ist Assassin's Creed Origins ein Witcher-Klon? Ja, solche Fragen, die kann man immer wieder aufwerfen natürlich. Und das könnte krass werden. Aber man muss einerseits sagen, das sind zwei in Japan ansässige Unternehmen. Die unterliegen beide dem japanischen Recht in diesem Fall. Es ist also ein lokaler Streit und nichts Internationales. Das wäre dann, ja, nochmal ganz anders. Also so ein Präzedenzfall für Japan, ja, maybe. Vielleicht auch eine Inspiration für andere Gerichte, aber eben kein geltendes Recht für Europa, Amerika. Sehr, sehr spannender Konflikt meiner Meinung nach. Was da passieren wird, wird auf jeden Fall die Gaming-Welt nochmal, naja, zumindest bewegen. Denn Palworld macht hier viel möglich. Gehen wir hier vielleicht nochmal in die Steam-Charts rein. Ein Palworld. Absolut crazy. Toppt die Steam-Charts. All-Time-Peak von zwei Millionen Spielern. Jetzt kommt noch das erste richtige Release-Wochenende. Das ist meistens, erfahrungsgemäß, was ich so in den letzten sechs Jahren auf YouTube erlebt habe, immer das krasseste Wochenende eigentlich für ein Game. Außer es kommt später nochmal aufgrund von irgendwas anderem in den Hype. Eine Serie oder sowas. Aber hier, wir hatten ja den Peak jetzt hier schon mit 2,01 Millionen Spielern gleichzeitig. Gleichzeitig. Wahrscheinlich mittlerweile 7, 8 Millionen verkaufste Exemplare. Komplett krass. Guckt man sich die Steam-Charts an. Top Records. Nur noch PUBG ist vor Palworld. Nur noch PUBG. Das muss man sich überlegen. Counter-Strike wurde geschlagen. Lost Ark, Dota, Elden Ring. Alles. Cyberpunk, ja. Das hängt alles hinten dran. Palworld räumt alles ab. Und da ist es nur logisch, dass Nintendo sich sagt, ja, das ist unsere Idee, die ihr hier klaut. Und eigentlich wäre das unser Erfolg oder zumindest unser geistiges Eigentum, was ihr hier vertreibt unter eurer Fahne. Gebt uns mal schön, weiß ich nicht, was ab. Oder hört damit auf. Oder, oder, oder. Was da passiert, das weiß man natürlich nicht. Finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Sache. Und was da noch auf uns zukommt, das könnte groß sein. So wie dieser Kuchen. Der ist auch ziemlich groß und lecker. Auch lecker ist, dass es auf Eneba mal wieder einen Gutschein-Code geht. Und zwar nur bis zum 29. Also nur drei Tage gibt es diesen Code. 100 Euro PSN-Guthaben gibt es jetzt für 80 Euro mit dem Code 100PSN.de. Ja, ihr habt richtig gehört. 100PSN.de. Geben wir hier mal einfach PSN.de 100 ein. Dann kriegst du immer hier die 100 Euro Guthaben. So, packen wir rein. Ist natürlich übrigens in jeder Videobeschreibung verlinkt. Eneba.com, mein Partner seit 2019. Wir nehmen hier eh schon das günstigste. Add to Cart. Ja, View Cart. Und jetzt haben wir hier den Discount-Code 100PSN.de. Apply. Zack. 74 Euro haben wir jetzt hier im Total. Jetzt kommt noch eine Transaktionsgebühr rauf. Und wir landen bei 80 Euro 67 Cent. In diesem Fall ist es sogar 2 Cent günstiger, als es mir von Ihnen immer gesagt wurde. Ich weiß nicht, ob das jetzt für immer gilt so mäßig. Aber ja, bis zum 29. gibt es diesen Code. Absolut crazy Rabattaktion, wenn ihr Bock habt. 100 Euro PSN-Guthaben für 80 Euro zu bekommen, ist jetzt eure Chance. Damit könnt ihr dann euch eindecken fürs Jahr. Und dann seid ihr good to go. Link in der Videobeschreibung darüber. Könnt ihr mich supporten. Würde mich auf jeden Fall mega, mega freuen. Ja, und das war es an der Stelle von mir. Ich bin sehr, sehr gespannt, was es noch weiteres geben wird zu Palworld. Kleines Update-Video. Man muss es ja nicht in die Länge ziehen. Wie so ein Kaugummi. Ich bin gespannt und lasst von euch hören, was ihr darüber denkt. Pokémon Klon, ja, nein. Wie steht ihr zu der Sache? Sehr schwierige, also meiner Meinung nach schwieriger Sachverhalt. Man kann irgendwie jede Seite ein bisschen verstehen zumindest, finde ich. Schau, jetzt bin ich raus.